hallo furchtbare freunde schön dass ihr wieder am start seid und heute schauen wir uns mal das spiel slay the spire an das ist ein computerspiel aber wir schauen es uns hier auf dem kanal aus dem grund an das ist das jetzt als brettspiel gerade in der laufenden kickstarter kampagne gibt den link zum kickstarter gibt es unten in der beschreibung schreibt mir auch gerne rein was ihr von dem kickstarter haltet ob ihr ihn gebackt habt oder ob ihn auch noch becken wollt und bitte abonniert den kanal wenn ihr wollt und hinterlassen wir doch einen daumen nach oben wenn euch das video gefallen hat das ist immer ganz wichtig für uns creator dann wissen wir was so das richtige für euch ist und außerdem motiviert uns das natürlich gut jetzt aber los zum spiel slay the spire ist ein kartenspiel man kämpft sich so durch verschiedene maps immer von unten nach oben und dabei bekämpft man monster löst rätsel fällt entscheidungen und sammelt schätze und dann kann man auch noch ausrüstung bekommen oder kaufen und da schauen wir uns jetzt mal an das ist übrigens im computerspiel genauso wie in der kickstarter kampagne umgesetzt worden und wir gehen mal los jetzt kann man sich hier seinen helden auswählen da gibt es einmal so einen kämpfer dann gibt es so einen assassin praktisch dann gibt es einen roboter und es gibt eine zauberin wir spielen das heute mal mit dem kämpfer man kann diese man kann das sehr häufig spielen da man immer wieder neue karten für die kartendecks freischaltet und man muss auch erstmal die verschiedenen kämpfer hier freischalten also ich habe es zuerst mit dem kämpfer hier gespielt das ist dann am anfang immer so und dann schaltet man den assassin frei dann habe ich mit dem komplett durch gespielt und dadurch dann diese beiden hier freigeschaltet aber wir gehen jetzt hier mit dem kämpfer the iron clad der startet mit 80 lebenspunkten und 99 gold da sieht man hier ich habe noch drei karten oder dinge die ich mit ihm anlocken kann ja und er hat die fähigkeit von anfang an burning blood also brennendes blut und am ende eines kampfes heilt er sechs lebenspunkte ja und dann geht es rein in die spire sozusagen hier ist erstmal der kommt immer wenn man das einen charakter zum wiederholten male spielt dann kommt da immer dieser wahl und fragt einen oder sagt dann so hallo und dann bekommt man immer etwas extra praktisch für seinen nächsten durchlauf jetzt kann ich mir hier aussuchen eine farblose karte zu bekommen meine maximalen lebenspunkte um acht zu steigern jetzt kann ich hier einen fluch bekommen und dafür dann zwei karten umwandeln in vielleicht bessere karten so ein fluch ist aber relativ nervig deswegen mache ich das mal nicht und ich könnte jetzt hier mein start relikt nämlich die burning blood verlieren und ein beliebiges boss relikt bekommen das kann schlecht sein das kann auch ganz gut sein deswegen lassen wir das aber einfach und nehmen hier diese maximale lebenspunktzahl erhöht ja und dann geht es auch schon los hier sehen wir eine karte und zwar ist dass die karte hier sehen wir eine karte hier sind wir eine karte da kann man auch noch mal drauf schauen immer dann und hier sehen wir verschiedene symbole die werden hier auch erklärt elite gegner normale gegner da kann man sich ausruhen da kommen wir auch noch später zu zeige ich euch was man da noch machen kann hier sind schatzkisten hier sind händler und anderen das sind immer so sagen dann kann gegner auftauchen da können rätsel auftauchen aber man kann manchmal auch einfach so sachen kriegen und ab und zu taucht dabei auch ein händler auf jetzt schauen wir uns mal die karte genau an und schauen mal wo haben wir die leichtesten wege und das heißt also versuchen mal die elite gegner zu vermeiden und möglichst oft diese rest die an uns und natürlich auch die treasures zu bekommen und das hier oben sieht mir ganz gut aus ja das heißt wir werden hier lang da lang da lang das heißt wir haben drei kämpfe dann kommen zweimal an das könnten auch kämpfe sein das könnte schon haarig werden oder wir gehen hier da haben wir nur zwei kämpfe und dann haben wir hier eine sehr schöne route mit ganz ganz wenig gekämpfe bis wir dann hier zum großen boss kommen ok das machen wir das heißt wir fangen hier an als erstes kommt allerdings ein kampf ja und das ist praktisch sind die handkarten die man hier so am anfang hat da gibt es ein paar spezialkarten das ist hier so was die sind dann auch teurer die kosten zwei punkte zum spielen von den dreien die wir haben augenblicklich dann kann man hier einfach fünf block bekommen damit kann man natürlich gegnerische angriffe abwehren und wir haben hier den normalen schlag den strike der macht hier in diesem fall sechs schaden das sind allerdings karten die sich auch unterscheiden je nach charakter dann gucken wir uns hier mal unser restliches deck an da haben wir noch vier von diesen strikes und noch einmal defend das heißt das ist so die einzige spezialkarte die wir zurzeit haben ja hier sehen wir dann was der so macht das ist hier steht dann so der wird gleich einen buff benutzen und zwar den buff strategic das werden wir dann sehen was der buff macht das weiß ich nicht aus dem kopf gerade ja und jetzt können wir karten einfach spielen und das wird in dem brettspiel genauso sein da hat man dann halt hier eine mini von seinem von seinem helden der steht dann wahrscheinlich auf dem feld auf dieser map die map sieht genauso aus und dann hat man so eine monster karte da liegen wo dann eben auch die lebenspunkte irgendwie drauf markiert werden wahrscheinlich gut da er uns nicht angreifen wird brauchen wir auch nicht blocken dann hauen wir ihm erst mal diese karte hier rein machen damit acht schaden und geben ihm zweimal wunderable das heißt er bekommt 50 prozent mehr schaden für zwei runden ja das heißt sechs schaden wird dann ganz schnell mal zu neun schaden sehen wir jetzt unten auch auf der karte das ist jetzt grün geworden zu neun geworden so dass man immer genau sehen kann was tatsächlich passiert jetzt haben wir keine energie mehr und müssen unsere runde beenden die karten werden abgelegt das ist so wie bei starryms hero realms zum beispiel auch oder bei dominium und man zieht immer eine neue hand wenn das deck leer ist und man müsste neu ziehen wird der ganze ablage stapel wieder rein gemischt fertig so jetzt würde zuschlagen und uns sechs schaden machen das sieht man hier und er hat dieses ding gemacht dieser ritual dieses ritual und am ende seiner runde bekommt der stärke drei und damit würde er dann mehr schaden machen das heißt wir verteidigen uns mal mit fünf gegen sechs kriegen wir nur einen schadenspunkt das ganz okay und können ihm zwei strikes reindrücken mehr geht wieder nicht und wir beenden die runde jetzt ist erstmal dran greift an und genau ach so die optik die optik ist dadurch dass die helden halt miniaturen sind und die miniaturen sehen sehr gut aus in dem brettspiel und auch die karten die die gegner und auch die karten die die fähigkeiten hier darstellen finde ich sogar in der brettspiel kampagne etwas schöner als hier das noch sei auf jeden fall erwähnt jetzt würde er mit neuen angreifen aber ich würde ihm hier wieder acht schaden mitmachen da bekommt er wieder mehr schaden durch meine strikes und dann hat er ja nur noch sieben lebenspunkte und die mache ich ihm weg und damit ist er hinfort und jetzt gibt es hier dinge die ich bekomme dafür praktisch mein nut da krieg 18 gold jetzt habe ich 117 und ich bekomme eine karte für mein deck und da gibt es immer die auswahl aus drei karten hier kann ich drei schaden also dreimal drei schaden an einen beliebigen oder zufälligen gegner machen denn es kommt sehr häufig vor dass man mehr als einen gegner bekämpft hier kann ich für eine energie weniger für jeden lebenspunkt den ich verliere diese karte spielen das heißt wenn ich vier lebenspunkte einbüßen würde könnte ich sie umsonst spielen und damit 18 schaden machen das ist so semi cool und das ist die sechs damit die edition damit also für jede karte in meinem deck die irgendwie strike heißt macht dieser noch diese karte hier zwei schaden mehr und da muss ich sagen finde ich die grad am besten nehmen die einfach mal mit so jetzt kommen wir hier schon zu unserem ersten händler da können wir jetzt einkaufen hier unten gibt es tränke hier oben gibt es artefakte das ist so was wie dieses burning blood das bleibt also in den meisten fällen aber manche haben auch so einen pickup effekt das heißt wenn man sie kauft passiert etwas und danach nicht wieder aber die sind alle noch zu teuer und wir können karten kaufen da gibt es einmal die hier und die finde ich immer sehr gut weil sie erstens null kostet sie macht sechs schaden und ich krieg dadurch noch eine kopie dieser karte in mein deck wenn ich diese spiele das ist dann zwar nur für den einen kampf aber bei stärkeren gegnern kommen diese karten immer wieder und wenn man dann plötzlich mal so zwei oder drei davon auf der hand hat dann rockt das schon so ein bisschen außerdem kann man karten noch upgraden das heißt man kann sie hochstufen und dann würde hier auch mehr schaden bei rum kommen das heißt die kauf ich auf jeden fall weiß die finde ich eigentlich immer ganz gut da kriege ich sieben block und eine zufällige karte auf meiner hand wird exhaust das bedeutet dass ich sie in dem kampf in dem laufenden kampf nicht wieder einsetzen kann ist nicht schlecht geht mir aber manchmal zu sehr schief deswegen kaufen wir noch die hier da kriege ich fünf block und kann eine karte in meiner hand für den rest des kampfes upgraden also hochstufen so mehr soll es nicht sein das heißt wir gehen weiter und jetzt kommen wir hier zu unserem ersten fragezeichen und da müssen wir jetzt eine entscheidung treffen beziehungsweise in diesem fall ist es wir können eine entscheidung treffen weil das eigentlich ziemlich gute entscheidungen sind wir können ja entweder eine karte aus unserem deck rausnehmen das macht man wenn man entweder so flüche oder sowas im deck hat also schlechte karten oder wenn man eben viele gute karten im deck hat und möchte dass die häufiger drankommen dann nimmt mal karten raus wie zum beispiel die strike oder den einfachen block hier kann ich eine karte umwandeln und hier könnte ich eine karte hochstufen und das hochstufen mache ich mal und dann nehme ich den enger dann macht er nämlich schon acht schaden so das machen wir und weiter geht's jetzt kommt der nächste kampf und da haben wir so zwei schleime der schleim wird also gleich angreifen acht schaden das lassen wir uns einfach mal geben glaube ich denn wir haben hier eine strike karte auf der hand und das ding hier macht zwei schaden zusätzlich für jede strike karte und deswegen machen wir das mal auf ihn hier bauen 18 schaden das ist ja ganz nett dann machen wir noch mal acht schaden hier mit und jetzt können wir ihn auch schon erledigen und der macht ja gar keinen schaden gerade das heißt da ist es egal dass ich jetzt keine defend karte mehr spielen kann hat er macht jetzt seinen zauberspruch hier das ist auch nicht so cool da kriegen wir jetzt einen effekt wir werden geschwächt und meine attacken machen jetzt 25 prozent weniger schaden für eine runde ok aber er hat ja auch nur acht lebenspunkte das ist also halb so wild zack zack und tschüss jetzt kriegen wir wieder loot liquid bronx das ist ein trank der gibt mir drei dornen dornen machen dem gegner schaden wenn er mich angreift finde ich gut nehme ich und wir können wieder eine karte nehmen die ist nicht schlecht man macht neuen schaden und nimmt eine karte vom ablage stapel oben auf den zug stapel drauf aber die finde ich noch cooler da kann man eine karte zweimal also dann bekommt man eine kopie einer karte die man sich auswählt nochmal auf die hand und kann sie dann zweimal spielen andererseits ist die halt cooler wenn man mehr energie hat und das haben wir noch nicht also nehmen wir die hier die in der mitte wollte ich jetzt gar nicht haben so jetzt müssen wir wieder eine entscheidung treffen das ist jetzt irgendwie so ein schleimhaufen und wir können da reingreifen weil da drin etwas schön leuchtet da würden wir drei lebenspunkte verlieren und hätten eine 25 prozent chance ein relikt zu finden oder wir können einfach weggehen ich greife da mal rein nichts gefunden jetzt würde ich könnte ich noch mal reingreifen für vier lebenspunkt das mache ich und ich bekomme die eternal feather und für jede fünf karten in meinem deck kriege ich drei lebenspunkte zurück wenn ich eine ja so ein restzeit also so ein lagerfeuer betrete na gut hier hätten wir auch gleich so eins das machen wir mal jetzt kriegen wir wieder drei lebenspunkte haben jetzt kriegt und jetzt 87 von 88 da muss ich nicht resten denn damit würde ich nur ein drittel meiner lebenspunkte 30 prozent meiner lebenspunkte wieder kriegen aber ich habe ja nur einen verloren bisher also schmiede ich das kann man auch immer machen bei diesen lagerfeuern und damit kann man eine karte im deck verbessern jetzt sehen wir dieses enger ist nicht dabei die haben wir nämlich schon mal verbessert wir verbessern mal die hier und weiter geht's und da kommt wieder so ein überraschungsfeld und diesmal haben wir einen gegner auf dem überraschungsfeld schade ich setze das hier ein fünf block und alle karten auf meiner hand werden bis zum ende des kampfes abgegradet also verbessert ne eine karte entschuldigung und die karte die hier eben noch war die war schon verbessert deswegen kriegen wir sie nicht noch mal und wir nehmen das hier 24 schaden fünf verteidigung haben wir kriegen wir noch sechs übergebraten gebraten es ist hier so ein hundelviech auch der kann der hat oder jaw worm heißt er also kieferwurm aber der bellt auch so er hat so einen bellen damit machte sich glaube ich rüstung und so jetzt können wir hier diesen headbutt mal machen und jetzt können wir eine karte zurückholen und wir nehmen die und jetzt er macht gleich sieben schaden dann wollen wir einmal verteidigen noch und einmal noch sechs er hat ihn auch töten können das war dumm habe ich nicht drauf geachtet gut aber dann jetzt und so viel schaden haben wir nicht kriegt also zack und tschüss und dann spiele ich ach hat ihn gar nicht gedacht weil der sohn er hat so einen schutz hier noch aber jetzt so 20 gold nächste karte und dann nehmen wir nur mal die close line das gibt dem gegner zwei week plus den schaden und week ist wie gesagt dass der gegner weniger schaden macht dann nun gehen wir hier zum nächsten fragezeichen und jetzt können wir uns hier entscheiden wir können die die pilze ärgern dann müssen wir gleich gegen sie kämpfen oder ich könnte einen einen also ich könnte mich um 22 lebenspunkte heilen dann würde ich aber verflucht werden mit einem parasiten das sehr eklig das wird wahrscheinlich genau das heißt ich esse die pilze und werde dann verflucht das natürlich nicht so schön ist ja und wenn die karte aus meinem deck entfernt wird oder transformiert wird verliere ich drei max hp ich glaube ich kämpfe einfach gegen die pilze das andere lohnt nicht so aber die sind nicht ohne einer wird angreifen darf teilen wir uns mal gegen das hätte ich jetzt auch hier mitmachen sollen an sich gut dann geben wir dem noch das ding hier und zwei week dann machte zwei schadens punkte weniger und müssen unsere runde schon beenden da wäre es besser gewesen ich hätte die andere karte gespielt dann hätte ich auch fünf block bekommen aber ich hätte noch eine karte verbessern können bis zum ende des kampfes jetzt drücken wir dem hier mal das rein dann spielen wird das auf auf den jetzt trinken wir mal den bronze trank und kriegen dadurch diese dornen und wir da kommt den dem haben wir noch weg jetzt kriegen wir zwar schaden ordentlich aber die kriegen auch schaden ein bisschen zurück ja und ich behaupte nicht dass ich hier die perfekten runs mache oder sowas also mit sicherheit nicht aber manchmal geht es ganz gut manchmal nicht den haben wir gleich um dann kriegen wir von dem auch keinen schaden nächster runde das war also auch doof überhaupt diese verteidigung zu spielen eigentlich aber okay alles noch im rahmen so der haut jetzt ordentlich zu wenn wir ihn nicht vorher weg machen ich spiele das und dann upgrade ich den strike für diesen kampf jetzt mache ich ihm acht schaden und hier wird noch mal neun und damit haben wir ihn erledigt 23 gold wir kriegen einen pilz gut damit wenn wir wunderbar aufgedrückt kriegen als die buff dann können wir den nehmen und dann halbieren wir den effekt das sind die top cards meines top 3 cards ach so von meinem nachziehstapel werden dann einfach die drei nächsten drei karten gespielt das ist ziemlich cool und wir können wieder eine karte zum deck dazu nehmen und dann nehmen wir mal diese ironwave die gibt block und macht schaden jetzt kommen wir hier zur schatztruhe und da kriegen wir den kunai und jedes mal wenn ich drei attacken in einer runde spiele kriege ich einen dexterity und dexterity gibt mir mehr block wenn ich block karten spiele jetzt kommen wir wieder an so eine restzeit und diesmal ruhen wir uns aus dann haben wir wieder maximale lebenspunkte wenn es weitergeht hier kommt unser nix angeblich müssen erst noch mal hier zu dem fragezeichen da haben wir den händler mal gucken was ist da so gibt hier gibt es tränke damit kann ich dreimal week verteilen da kriege ich fünf dexterity und hier kriegt zwölf block ich nehme mal diesen zwölf block trank und den dexterity trank gut dann haben wir auch viel zu wenig gold um noch irgendwas damit zu machen und weiter geht es in den nächsten fight und der wird zuschlagen für zwölf wir können ihn nicht vorher erledigen also machen wir das so wir verpulen ihm eine und kriegen fünf block dann geben wir uns nochmal fünf block und dann das machen wir das so und jetzt legen wir die und die wieder oben drauf hier damit wir die in der nächsten runde nochmal nehmen können jetzt greift er an wir kriegen zwei schaden ist ja nicht so schlimm jetzt mal überlegen ich nehme das und upgrade die iron wave für den rest des kampfes dann spiele ich die mache jetzt sieben schaden und kriege sieben block und dann kann ich ihn nochmal schlagen denn mit zwölf block die ich schon habe hier macht mir der schaden jetzt auch nichts mehr aus sehr gut läuft bisher okay wir schlagen immer hier mit für damit werden wir ihn nicht umhauen können und dann verteidigen wir uns einfach noch ein bisschen mehr und geben ihn noch einen mit und er kann uns ja nichts tun ja okay jetzt hat er uns ein week reingehauen das ist bei neun punkten schaden aber jetzt auch nicht so schlimm wir haben ihm jetzt erstmal das ding hier drauf dann ist auch schon weg wir kriegen 19 gold jetzt haben wir noch mal so ein distilled chaos und dafür ich glaube das ist ganz lustig dafür schmeiße ich den weg weil ich kann im moment nur drei tränke haben man kann etwas finden damit man mehr trankplätze bekommt so und dann können wir wieder eine karte nehmen und wir nehmen die da kriegen wir stärke 2 damit erhöhen wir unseren schaden gehen hier dem kampf wieder aus dem weg allerdings kriegen wir hier auch einen kampf wie gesagt das passiert aber man kann auch richtig glück haben dann passiert das nicht so und wir können wieder fünf block bekommen und eine karte upgraden und wir graden ab wir haben noch zwei und hier mit können wir 24 schaden verursachen das heißt den knübeln wir gleich komplett weg dann kann der uns noch seine fünf schaden machen und dann kriegen wir noch nicht und das ist so eine negativ karte da haben wir jetzt ein slime drin der praktisch nichts macht uns aber dann die hand verstopft und es gibt monster die geben einem auch mal so drei pro runde davon und dann kann es schon ganz schön eng werden die kann man loswerden indem man sie spielt für ein energie aber dann macht man halt nichts es gibt aber auch karten die solche karten dann rausnehmen können gut er wird uns nicht angreifen das heißt wir können hier im erst mal zwei rugs verpulen dann machen wir das und kriegen auch noch fünf block die wir im moment ich habe nicht auf meine energie geachtet das passiert so jetzt hat er uns hier frail gegeben da wir da kriegen wir einmal block weniger wenn ich sie jetzt spiele welch die jetzt spiele hier sehen wir kriege ich nur drei statt fünf block aber wir brauchen das gar nicht denn unser schaden reicht locker aus um ihn platt zu machen ein colorless potion da kriege ich eine von drei zufälligen karten die ich auf meine hand nehmen kann wenn ich die spiele kostet dann 0 gegen 12 block schwierig ich nehme lieber die 12 block da weiß man was man hat hier nehme ich jetzt die karte das ist cool immer wenn ich eine schlechte karte ziehe dann mache ich sechs schaden auf jeden gegner so da können ja auch schlechtere karten bei rum kommen aber 12 blocken kann einen unter umständen wirklich retten so jetzt gehen wir zum händler ich habe nicht viel geld da wird nicht viel bei rum kommen aber wir müssen nicht kämpfen hier können sogar gar nichts kaufen für die paar kröten macht aber nichts jetzt kommen wir wieder hier an ein lagerfeuer da weil wir volles leben haben verbessern wir wieder eine unserer karten und dann nehmen wir auch die hier von sechs schaden auf zehn schaden das ist schon ganz cool und zack gegen den end boss dieses levels 140 lebenspunkte und der wird dann gleich einen starken negativen effekt ausspielen und er hat die fähigkeit split wenn seine lebenspunkte unter 40 50 prozent gehen dann wird er zu zwei zwei die beide die lebenspunkte haben die er noch hat also ziemlich übel jetzt haben wir hier wieder dieses armament da machen wir uns fünf block und verbessern diese karte dann spielen wir sieben schaden auf ihn und spielen noch mal sechs schaden auf ihn und dann ist unsere runde vorbei jetzt machte da irgendein kram genau jetzt haut er uns hier drei von diesen karten ins deck und leider haben wir nie ach doch hier guck das ist so eine power die bleibt auch bestehen und das ist ganz cool immer wenn ich jetzt so eine karte bekomme oder ziehe kriegt er hier schaden dann machen wir ihm noch zwei vulnerable das heißt ich mache in der nächsten runde ein bisschen mehr schaden aneinander so jetzt prepaert er praktisch seinen angriff das slime crush ich muss jetzt probieren ihn auf 70 möglichst zu kriegen dafür buffen wir mal unsere stärke jetzt mache ich hier 26 schaden mit diesem ding mehr geht eh nicht das kann ich aber auch nichts blocken das hat und ich habe ihn nicht unter 70 gekriegt das heißt er macht mir jetzt 35 verdammte schaden badum nicht so cool ok wir müssen schauen das macht ihn nur weg das also erstmal spielen wir jetzt den anger hier auf ihn das heißt er wird sich gleich teilen dann können wir das auch machen weil das ordentlich schaden macht jetzt könnte ich zum beispiel dieses exhaust wegnehmen aber ich glaube ich mache lieber nochmal 8 schaden dann sind nämlich die slime in die er sich jetzt teilt nicht mehr so stark jetzt wird er zu 2 die beide 38 leben haben der wird mit 16 angreifen dafür nehmen wir dann natürlich wir nehmen das und kriegen 8 schaden äh 8 block schon mal dann holen wir uns nochmal 6 dazu damit wir nicht direkt so viel schaden kriegen und dann machen wir dem nochmal ein bisschen mehr schaden so nächste runde die slime sind dran der leckt uns ab wie eklig und damit macht er uns die rüstung schwächer das heißt hier wieder nur 4 die ich kriege statt 5 jetzt könnte ich hier eine karte upgraden und da wir jetzt nicht angegriffen werden der sich hier gleich nochmal teilen wird upgraden wir uns den strike hier für diese runde damit machen wir 11 schaden und boots da ist er weg und jetzt können wir die gelegenheit ausnutzen der macht uns keinen schaden also brauchen wir diesen block nicht und dann können wir diese karte spielen die schlechte und ähm sie aus dem deck wieder rausnehmen so der wird wieder nicht angreifen der wird sich teilen er hat 16 lebenspunkte dann spielen wir doch einfach die und dann haben wir ihn erledigt und damit haben wir den ersten boss geschafft so äh jetzt können wir uns hier wieder eine karte nehmen die kostet 0 wir verlieren 6 lebenspunkte und kriegen 2 energie und ziehen 3 karten das klingt nicht schlecht aber 6 lebenspunkte kann auch ganz schön böse sein aber wenn man so mit vollem leben in einen kampf geht kann das auch cool sein wir nehmen die mal ich hatte die habt ihr noch nie genommen wir nehmen die einfach mal so jetzt haben wir hier unsere truhe und da sind immer artefakte drin also gegenstände die hier oben bleiben die können aber auch schlecht sein hier kann man jetzt 3 karten transformieren und danach upgraden hier kriegt man eine energie ähm am anfang seiner runde aber man kann an rest sites nicht mehr die karten verbessern wir halten noch 2 maps vor uns ähm die werde ich jetzt nicht mehr spielen denn ich rede noch kurz über den kickstarter für euch gleich und dann ähm ähm werden wir dieses video damit es nicht zu langweilig und zu lang wird äh das da bin ich mir nicht so sicher was macht das hier ähm da kriege ich zwar am anfang meiner runde 2 zusätzliche karten ich fange aber an mit dem debuff äh confused das ist schlecht denn dann kosten die karten immer zufällig viel energie äh und da können karten die null kosten drei kosten können auch karten die vier kosten null kosten ist auch so aber ich denke ich entscheide mich hierfür jetzt kann ich drei karten umwandeln dann nehmen wir mal die die und die so jetzt werden wurden die transformiert und abgegradet das ging so schnell ich konnte gar nicht sehen was daraus wurde so na und jetzt kommt die zweite map die stadt genau so zum kickstarter was denkt ihr könnte euch dieses spiel äh spaß machen wenn ihr es mit freunden ähm auf dem brett spielt denn man kann es solo auf dem brett spielen so wie dieses computerspiel hier oder man kann es mit bis zu drei freunden spielen dann spielt man eben alle vier helden ähm dann kriegt pro raum jeder praktisch seine gegner aber man kann sich gegenseitig helfen das heißt ich könnte auch die Gegner von einem meiner mitspieler angreifen und dergleichen oder vielleicht kann man kann ich auch meinen mitspieler buffen und sowas denke das geht auch ich persönlich werde es nicht backen dieses computerspiel habe ich jetzt schon sehr häufig gespielt und es hat sehr viel spaß gemacht ich kann es auch immer noch weiter spielen weil ich immer noch sehr viel habe was ich noch nicht anlockt habe ähm ich habe wahrscheinlich auch noch nicht alle gegner gesehen und so weiter ähm das hat für mich noch so hohen Wiederspielwert als Computerspiel dass ich es gerne solo weiterspiele es ist ein super Zeitvertreib ähm macht total viel spaß und man muss nicht so unendlich viel denken das heißt auch nach einem langen Arbeitstag kriege ich das noch gut hin ähm ja und so ein Spiel aufbauen äh gegen zwei mal klicken für mich nicht das Ding ist auch nicht ganz billig wenn ihr sagt Computerspielen tue ich gar nicht aber das Spielprinzip was du uns hier gezeigt hast KidZero das gefällt uns schon dann ähm kann ich es euch empfehlen das zu backen denn es macht also das Computerspiel macht schon sehr viel Spaß und da das ganz genau so sein wird äh except dem Multiplayer ähm würde ich euch das Brettspiel auch empfehlen wenn ihr Brettspielfans only sozusagen seid ja das sei dazu gesagt ähm und damit beende ich dieses Video wie gesagt wenn es euch gefallen hat gerne liken abonnieren Glocke aktivieren dann sehen wir uns beim nächsten Video und ich hoffe ihr bleibt gesund bis dahin euer KidZero wir sehen uns beim nächsten Video bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video drht